Die Brotherhood of Steel, oder im Deutschen auch als die Stählerne Bruderschaft bekannt. Gegründet wurde die Brotherhood of Steel oder die Stählerne Bruderschaft von Roger Maxson. Dieser war ursprünglich Teil des US-Militärs und sollte mit seinen Truppen die Fortschritte des West Tech Forschungsteams am Forced Evolutionary Virus überwachen. Zu seinem Entsetzen musste Maxson feststellen, dass der FEV an Kriegsgefangenen getestet wurde. Die Moral in der Forschungsanlage brach daraufhin zusammen und Maxsons leitender Offizier tötete sich selbst. Maxson übernahm die Kontrolle über die Einrichtung und verhörte die führenden Wissenschaftler der Anlage, woraufhin alle involvierten West Tech Angestellten hingerichtet wurden und Maxson und seine Männer desertierten offiziell und übernahm die Kontrolle über die Mariposa Militärbasis. Da das Militär nicht auf die Meldung der Fahnenflucht reagierte, ahnte Maxson bereits, dass etwas Großes im Gange sein könnte. Und so evakuierte er die Familien seiner Männer und andere Zivilisten in die besetzte Militärbasis, um sie zu schützen. Drei Tage später wurde die Welt innerhalb von zwei Stunden im Großen Krieg in ein radioaktives Ödland verwandelt. Maxsons Basis wurde weitgehend von den Bomben verschont und die Insassen waren vor der Radioaktivität und dem FEV geschützt. Bereits zwei Tage nach dem Fall der Bomben zeigten Messungen, dass die Umgebung der Basis nur minimal verstrahlt war. Also verbrannten die Soldaten die Leichen der exekutierten Wissenschaftler und plünderten die Basis. Ausgestattet mit Vorräten und den fortschrittlichsten Waffentechnologien der Forschungseinrichtung machten sie sich auf dem Weg zum Regierungsbunker in Lost Hills. Auf dem Weg mussten viele ihr Leben lassen, darunter auch Maxsons Frau. Die einmonatige Reise durch die Wüste ging als The Exodus in die Bruderschaftsgeschichte ein. Als die Überlebenden schließlich den Bunker erreichten, ernannte Maxson ihn zu ihrem neuen Hauptquartier und gründete die neue Organisation namens Brotherhood of Steel. Diese sollte, koste es was es wolle, die Zivilisation wieder aufbauen und schützen. In den folgenden Jahren steigerte die Bruderschaft ihren Einfluss und ihre Macht und die Orden der Knights, Scribes und Paladine formten sich. Als Roger Maxson letztendlich an Krebs starb, übernahm sein Sohn, der nur als Maxson II. bekannt ist, die Rolle des High Elders. Unter diesem erweiterte die Bruderschaft ihren Einflussbereich. Und so wurden sie schnell zu einer der nennenswertesten Fraktionen im ganzen Bereich der Westküste. Eine Raidergruppe namens Wipers erregte schon bald die Aufmerksamkeit der Bruderschaft und Maxson II. führte persönlich einen kleinen, schwer bewaffneten Trupp an, um das Hauptlager der Raider zu zerschlagen. Die Bruderschaft war sich sicher, dass ein kleiner Trupp mit Powerrüstungen problemlos mit der Gruppe Raider fertig werden würde, egal wie groß diese sei. Sie unterschätzten jedoch die Hartnäckigkeit der Wipers und ihre primitiven, aber hochgiftigen Waffen. Maxson II. wurde in einem unachtsamen Moment von einem vergifteten Pfeil verletzt, als er kurz seinen Helm abnahm und erlag wenige Stunden später der Vergiftung, woraufhin sein Sohn, John Maxson, das Kommando übernahm. In einer groß angelegten militärischen Aktion wurden die Wipers daraufhin von der Bruderschaft gezielt gejagt und beinahe vollständig ausgelöscht. Auf ihrer Suche nach den letzten überlebenden Wipers traf die Bruderschaft auf den Hub, woraufhin Handelsbeziehungen zwischen dem Fraktion entstanden. Doch schon wenige Jahre nach der Auslöschung der Wipers begegnete die Bruderschaft einem neuen Feind, welcher sich um ein Vielfaches gefährlicher herausstellen sollte als eine einfache Raiderbande. Alles begann mit dem Fund einer überaus riesigen grünen Leiche, die zur weiteren Untersuchung in die Basis gebracht wurde. Erst einige Zeit später erfuhren sie vom legendären Bunkerbewohner aus Vault 13 mehr über diese sogenannten Supermutanten und ihre Pläne. Gemeinsam mit dem Bunkerbewohner konnte die Bruderschaft die Pläne des Meisters und seiner Armee von Supermutanten vereiteln und diese zerschlagen. Die Wipers Bei den Wipers handelt es sich nämlich um eine Raidergruppe, die aus ca. 200 ehemaligen Bewohnern der Vault 15 hervorgegangen ist. Die Bewohner von Vault 15 haben sich ja bekannterweise in vier Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe fand im Jahr 2141 mitten in der Wüste des Ödlands eine kleine Oase mit einem riesigen tiefen Krater in der Mitte. Obwohl die ehemaligen Vault-Bewohner von dem Krater leicht beunruhigt waren, da er extrem tief war und man konnte den Boden nicht mal sehen, ließen sie sich in der Nähe nieder, da sie dort frisches Wasser und sogar ein klein wenig Grünfläche zur Verfügung hatten. Ihr Anführer Jonathan Faust wollte den Krater schon am ersten Tag ihrer Ankunft erkunden. Er stürzte allerdings ab und verletzte sich schwer. Die anderen Siedler hörten ihren Anführer nur noch aus der Dunkelheit der Tiefe in Panik aufschreien und dann herrschte plötzlich eine unheimliche Stille. Drei andere mutige Ex-Bunkerbewohner kletterten in den Krater hinunter, um ihren Anführer zu suchen. Doch auch sie kehrten nie zurück. Die nun führungslose Gruppe saß nun ohne Nahrung in einer Oase mitten in der Wüste fest. Sie beschlossen, den Krater so gut es geht abzudecken und mit Nägeln zu umkreisen, damit alles, was auch immer in diesem Krater sein sollte, auch wirklich da drin bleibt. Und sie begannen sich, möglichst weit vom Krater entfernt, niederzulassen. In den folgenden Tagen wurde die Gruppe stark dezimiert. Einige erlagen ihre schweren Strahlenkrankheit. Andere verließen die Oase in der Hoffnung, die anderen Gruppen aus Vault 15 zu finden. Manche wollten sogar in die Vault 15 zurückkehren, auch wenn es dort nichts mehr Nützliches für sie gab. Doch die Verzweiflung der Bewohner dieser jungen und hoffnungslosen Siedlung war einfach zu groß. Nach etwas mehr als einer Woche betrat plötzlich eine seltsame Gestalt die sterbende Siedlung. Die Überlebenden identifizierten diese vermummte Gestalt schnell als Faust ihren ehemaligen Anführer. Dieser verkündete, dass er in den dunklen Tiefen auf einen Gott gestoßen sei. Und dieser wird von nun an die Siedlung beschützen und mit dem versorgen, was die Menschen brauchen, solange sie ihm regelmäßig mit Menschenopfer versorgen. Die meisten Siedler hielten Faust selbstverständlich für komplett durchgedreht. Doch plötzlich schossen hinter Faust zwei riesige Schlangen hervor, die die Siedler und auch Faust selbst attackierten. Während die Siedler verzweifelt versuchten, die Schlangen abzuwehren, reagierte Faust nicht mal auf die Bisse der riesigen Schlangen. Am nächsten Morgen waren die meisten der ehemals 200 Siedler tot. Und die letzten Überlebenden waren von dem tödlichen Gift der Schlangen befallen und dem Tod nahe. Doch ca. 30 bis 40 Leute überlebten die schwere Vergiftung, wenn auch körperlich sowie geistig schwer beeinträchtigt. Unter der Führung von Faust wurden in den folgenden Tagen die Wipers geboren, die diesen Tag bis heute als das große Erwachen in Erinnerung halten. Sie leben seitdem ein primitives Leben und richten sich nach den Regeln ihrer schamanistischen Religion. Ihre Oase in der Nähe von Chunktown wurde als The Shrine bekannt. Nachts gehen ihre Jäger auf die Jagd nach wilden Tieren oder sie überfallen Siedlungen von anderen Ödlandbewohnern. Sie greifen selten frontal an und bevorzugen stets ein geheimes und getarntes Vorgehen. Ihre Waffen bestehen meistens aus Knochen, die sie in das Gift ihrer sogenannten Pitwipers tunken. Bei den Pitwipers handelt es sich um riesig mutierte Schlangen, die friedlich mit den Wipers zusammenleben. Ihre meisten Kleidungsstücke und Werkzeuge bestehen auch aus den Knochen sowie der Haut dieser riesigen Schlangen. So besteht die Rüstung ihrer Krieger aus gehärtetem Schlangenleder und auf ihren Köpfen tragen sie die Schädel der Riesenschlangen. In ihrem Initiierungsritual nehmen die Heranwachsenden einen Cocktail aus Schlangengift und anderen Substanzen zu sich und fallen in ein tiefes Koma. Wenn sie an diesem giftigen Cocktail sterben oder innerhalb von sieben Tagen nicht wieder erwachen, werden sie als von ihrer Gottheit, der Great Snake, unwürdig befunden erachtet. Und in einem besonderen Ritual werden die Körper dieser jungen Menschen dann an die großen Schlangen, die als die Kinder der Great Snake gesehen werden, verfüttert. Die Überlebenden erhalten durch dieses Ritual allerdings eine extrem hohe Resistenz gegen das Gift der Pitwipers. Einmal im Monat vergiften sich die Vipers dann selbst mit dem Gift der Pitwipers, woraufhin sie in einen Zustand tiefer Trance verfallen. In einem ähnlichen Ritual nehmen die Priesterinnen und Priester der Vipers kleine Mengen des Gifts zu sich, um in ihren wilden Träumen Kontakt zur Great Snake herzustellen. Während dieser heiligen Nächte, der sogenannten Zeit der Beschwörung, werden Entführte und Gefangene der Vipers rituell um genau Mitternacht an die Pitwipers verfüttert. Im Jahr 2162 erregten die Vipers durch ihr immer aggressiver werdendes Vorgehen allerdings die Aufmerksamkeit der noch jungen Brotherhood of Steel, der stählernen Bruderschaft. In einem Geplänkel zwischen der Bruderschaft und den Vipers wurde der Anführer der Brotherhood of Steel, der Vater von John Maxon, verletzt und starb schließlich am Gift der Pitwipers. Daraufhin startete die Bruderschaft unter der Führung des neuen Anführers Rhombus einen Vergeltungsschlag, der die Vipern innerhalb eines Monats beinahe vollkommen ausgelöscht hat und die Oase samt aller Schlangen vernichtete. Einige Überlebende der Vipers verirrten sich in das Ödland der Mojavewüste. Sie haben ihre alten Wege weitgehend abgelegt und sind zu einer einfachen Raiderbande namens Vipers Gunslingers verkommen. Diese werden von der Bruderschaft, genau wie von der RNK, immer wieder schwer bedrängt, sodass sie zu keinem Zeitpunkt jemals wieder mehr als eine kleine Gruppe aggressiver verstoßen abkrimineller werden konnten. Die Khans Im Jahr 2141 haben vier Gruppen die Vault 15 verlassen. Eine dieser Gruppen wurde später als die Khans bekannt. Angeführt von The Death Hand überfiel die gewalttätige Raiderbande, kleinere Karawanen und Dörfer in der Nähe. Unter anderem auch Shady Sands, ein kleines Örtchen, das wiederum aus einer anderen Gruppe von ehemaligen Vault 15 Bewohnern begründet wurde. Aber auch die Stadt Chunktown hat sehr unter den Khans gelitten. Im Jahr 2161 tötete Garl Death Hand, der Sohn von The Death Hand, seinen Vater und wurde somit zum neuen Boss der Khans. Dieser hat die Gruppe zu etwas radikaleren Manövern angestachelt und so haben sie eines Tages Tandy, die später einmal selbst die Präsidentin der NKR werden würde, aus der Stadt Shady Sands entführt, statt die Bewohner der Stadt einfach nur zu erpressen, wie sie es vorher gemacht haben. Diese Aktion hat allerdings die Aufmerksamkeit des legendären Bunkerbewohners auf die Khans gezogen und das geht für die meisten Fraktionen nicht gut aus. Dieser zog los und befreite im Auftrag von Tandys Vater diese zusammen mit zwei anderen Sklaven der Khans und hat die Khans dabei beinahe vollständig ausgelöscht. Nur ein junger Mann namens Darian hat diesen Angriff überlebt. Dieser hat gegen Tandy und den Bunkerbewohner Rache geschworen und gründete die New Khans, die Skulls. Die Skulls sind eine überaus gefährliche Gang, die in Chunktown ihr Unwesen treibt. Angeführt werden sie von Winnie, der wiederum für den Casino-Besitzer Gizmo arbeitet. Dieser Gizmo lässt den Skulls relativ freie Hand und sie können mehr oder weniger tun und lassen, was sie wollen. Wenn Gizmo sie nicht gerade selbst als Schlägerdruck benötigt. Killian Darkwater, der Sheriff in Chunktown, lässt die Gang im Großen und Ganzen in Ruhe agieren, solange sie ihm nicht in die Quere kommen. Und die wiederum sind klug genug, dass sie eben das nicht tun. Der Anführer der Wachen in Chunktown, Lars, ein Mann mit einem riesigen Schnurrbart, duldet diese kriminelle Bande allerdings nicht so einfach. Und so heuert er den Bunkerbewohner an, um Beweise über die Machenschaften der Skulls zu sammeln. Dieser findet auch mehr als genug für eine Festnahme. Bei einer darauf folgenden gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen dem Bunkerbewohner, den Wachen von Chunktown und den Skulls, werden letztere vollständig ausgelöscht. Zusammen mit ihren Anführern Winnie und sogar dem großen Gangsterboss Gizmo. Und die Stadt Chunktown wurde dank des legendären Bunkerbewohners ein kleines bisschen sicherer. Doch letztendlich ist das bei dieser Stadt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Rippers Bei den Rippers handelt es sich um eine extrem gewalttätige und aggressive Gang, die ihr Unwesen in den Eingeweiden von Boneyard treibt. Die Rippers bestehen im Grunde ausschließlich aus blutrünstigen Psychopathen und Sadisten, die aus Generationen von Inzucht hervorgegangen sind. Angeführt werden sie von Tangler, der für seine kybernetische Hand bekannt ist. Tief in den verlassenen Regionen von Boneyard haben sie es sich in den Häuserruinen gemütlich gemacht und diese mit Fallen und Minen abgesichert. Dorthin führen sie Leute, die unvorsichtig genug sind, die zivilisierten Gebiete von Boneyard zu verlassen, um diese in ihrem Versteck zu foltern und zu ermorden. Die Rippers waren von Anfang an die Erzfeinde der relativ harmlosen und friedlichen Blades, die sich in Adatum niedergelassen haben, einem eher zivilisierten Stadtteil des Boneyard. Doch die Blades waren es letztendlich nicht, die den Rippern ihr Ende brachten. Ihre unaussprechliche Grausamkeit hat etwas Uraltes und unendlich Böses angelockt. Ein Geschöpf, das von Leid und Gewalt förmlich angezogen zu werden scheint. Ihre Festung bot ihnen keinerlei Schutz gegen die blutrünstigen Todeskrallen, die sie eines Nachts überfielen. Die Ripper hatten nicht den Hauch einer Chance. Innerhalb von Sekunden wurden sie zerrissen. Als wären die Todeskrallen die verkörperte Rache für all die Gräueltaten, die die Ripper zu ihren Lebzeiten begannen hatten. Einige Zeit später besiegten die Gunrunner die Todeskrallen, die es sich in den verlassenen Ruinen der ehemaligen Ripper gemütlich gemacht haben, mit Hilfe des Bunkerbewohners. Und übernahmen die alten Fabrikruinen in der Gegend, um sie ihrem Waffenimperium anzufügen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Zum Schluss muss ich hier noch kurz einfügen, dass es in Wirklichkeit keine Beweise dafür gibt, dass die Ripper tatsächlich von den Todeskrallen ermordet wurden. Möglicherweise sind sie geflohen, vielleicht haben einige überlebt, vielleicht haben sie das Gebiet zufällig kurz bevor die Todeskrallen gekommen sind selbstständig verlassen. Das alles wissen wir nicht. Aber aus dramaturgischen Gründen habe ich mir gedacht, wäre es doch die schönere Version, wenn sie von den Todeskrallen wirklich attackiert und ausgelöscht worden wären. Aber der Law-Freundlichkeit halber muss ich dazu sagen, das ist nur meine Version der Geschichte. Und ob die wirklich stimmt, das weiß keiner so genau. Die Blades. Bei den Blades handelt es sich um eine Gang, die es sich in Boneyard gemütlich gemacht hat. Beim Boneyard handelt es sich im Grunde um die Überreste der ehemaligen Stadt Los Angeles. Gemessen an anderen Gangs im Fallout-Universum sind die Blades außerordentlich friedlich. Im Grunde handelt es sich bei ihnen nur um eine Gruppe von Verstoßenen und Außenseitern, die sich in dieser losen Organisation zusammengefunden haben. Das einzige, was die Gruppe zusammenhält, ist ihre Anführerin Razor. Die Gruppe hat kaum Zugang zu nennenswerter Bewaffnung. Die wenigsten von ihnen verfügen überhaupt über Schusswaffen. Und in der Regel benutzen sie nur relativ schlechte Nahkampfwaffen und sind somit keine große Gefahr für irgendjemand. Genau den Faktor nutzen allerdings die Regulatoren aus. Denn diese wollen die Kontrolle über Boneyard erlangen und ein sehr strenges Regiment einführen. Und um ihre strengen Regulierungen und ihr hartes Durchgreifen zu rechtfertigen, nutzen sie die wehrlosen Blades als Zündenböcke und stellen sie als große Bedrohung für die Bevölkerung des Boneyards dar. Und schieben jeden Zwischenfall von Gewalt oder Diebstahl auf eben diese. Weshalb die Blades in der Bevölkerung überaus verhasst sind. Das Schicksal der Blades ist in der Fallout Law nicht eindeutig geklärt. Der Bunkerbewohner hat entweder die Möglichkeit, den Regulatoren zu helfen, die Blades ein für allemal auszulöschen und so durch diesen groben Gewaltakt das Ausrufen einer Art Militärdiktatur oder Polizeistaat im Boneyard zu rechtfertigen. Oder aber er macht einen Deal mit den Gunrunners und besorgt den Blades Waffen und Rüstungen, damit sie die Regulatoren ausschalten können. Und das war die Geschichte der Blades. Möglicherweise sind sie genau das Geschichte. Oder aber sie haben den Boneyard vor einer großen Bedrohung gerettet. Und sind daraufhin möglicherweise selbst zu einer echten Bedrohung geworden. Vielleicht aber auch zu Beschützern. Und vielleicht hat ihre Anführerin Razor letztendlich mehr Verantwortung im Boneyard übernommen, als die Aussteigerin das jemals wollte. Die Regulators. Die Regulatoren sind so etwas wie die selbsternannte Polizei von Editham, einem Stadtteil in The Boneyard. Offiziell stehen die Regulatoren unter der Kontrolle vom Bürgermeister John Zimmerman. In Wirklichkeit sind sie allerdings eher die wahren Herrscher über die Stadt. Angeführt werden die Regulatoren von ihrem sadistischen, psychopathischen Anführer Zalep. Dieser erpresst die örtliche Industrie und zwingt Unschuldige in die Sklaverei. Ihre harte Methoden begründen sie mit der angeblichen Gefahr, die von den Blades ausgeht. Einer eigentlich harmlosen Gang, die die Regulatoren als Zündenbock nutzen. So beschuldigen sie beispielsweise die Blades, Jason Zimmerman, den Sohn des Bürgermeisters, ermordet zu haben. In Wirklichkeit hatte dieser allerdings eine Beziehung zur Anführerin der Blades und die Regulatoren befürchteten, dass die Blades über diese Liebesbeziehung zu viel Einfluss auf den Bürgermeister bekommen konnten. Und so ermordeten die Regulatoren Jason Zimmerman selbst, um so den Bürgermeister in eine Offensive gegen die Blades zu zwingen. Kann der Bunkerbewohner die Fassade der Regulatoren durchschauen? Oder wird er genau wie Bürgermeister John Zimmerman zu einer Marionette dieser skrupellosen und totalitären Organisation? Das ist eine Frage, auf die es offiziell zumindest keine Antwort gibt. Doch ich denke, so gut wie jeder Spieler von Fallout 1 hat auf diese Frage seine eigene Antwort. Und möglicherweise auch seine eigenen Gefühle von Reue. Die Gunrunners Gunrunner waren ursprünglich nicht sehr viel mehr wie eine lose zusammengewürfelte Gang, die sich im Jahr 2131 im Boneyard gemütlich gemacht haben. Dort haben sie sich eine verlassene Fabrik gesucht, die zum einen von Giftmüll umgeben war, was sich als ziemlich gute Verteidigungsmaßnahme erwiesen hat, und zum anderen waren die Werkzeuge innerhalb dieser Fabrik zum Teil noch intakt. Und die Gunrunner haben unter der Führung von Isaac, der sich aber eher als unformeller Sprecher eines gleichberechtigten Kollektivs betrachtet hat, damit angefangen, Waffen und Munition mit den Werkzeugen aus der Fabrik herzustellen. Und das mit überaus hoher Qualität. Die Qualität war so gut und die Anzahl der produzierten Waffen so hoch, dass sie damit begonnen haben, mit diesen Waffen zu handeln. Und so wurde aus der losen zusammengewürfelten Gang schön langsam ein postapokalyptisches Unternehmen. Und so gut die Geschäfte für die Gunrunner anfangs laufen, werden allerdings sehr schnell auch die Rohstoffe knapp. In den verlassenen Gebäuden von Boneyard würde es zwar mit Sicherheit noch genug Rohstoffe geben für die Gunrunner, allerdings werden diese Ruinen von Todeskrallen bewohnt. Und das macht natürlich die Bergung dieser Rohstoffe ziemlich gefährlich. Zum Glück kann den Gunrunnern hier der legendäre Bunkerbewohner aushelfen. 20 Jahre später, im Jahr 2151, sind die Gunrunnern bereits an der gesamten Westküste bekannte Händler. Und das Unternehmen wird mittlerweile von Gabriel und seiner rechten Hand Zack geführt. Dank ihrer immer noch extrem hohen Qualität und ihrer technisch überaus fortschrittlichen Waffen werden sie sogar zum Hauptversorger der NKR. Und im Jahr 2281 sind sie die größten Waffenhändler in ganz Neukalifornien. Von ihrem Hauptsitz im Boneyard aus expandieren sie über das gesamte Gebiet der NKR, so zum Beispiel auch in die Mojavewüste. Und das ist die Geschichte der bis heute wohl mitunter größten Waffenhersteller im gesamten Ödland. Innerhalb von 50 Jahren von einer kleinen Gang zu einer der einflussreichsten Mächte herangewachsen. Und für ihre exklusiven Verträge mit der NKR selbst von der kaminroten Karawane beneidet. Die Crypts und die Fools. Zwei Gangs, die um die Vorherrschaft von Scrap Heap kämpfen. Momentan haben die Crypts die Kontrolle über Scrap Heap. Das liegt nicht nur daran, dass sie eine relativ große Gruppe von Männer und Frauen sind, die sich meistens in Lederrüstung kleiden. Sondern auch daran, dass sie die Kontrolle über den einzigen Energiegenerator in ganz Scrap Heap haben und somit die Energieversorgung der gesamten Stadt kontrollieren. Während die meisten Mitglieder der Crypts nur mit 10mm Maschinenpistolen ausgestattet sind, führt ihr Anführer Raze dagegen eine CZ-53 Minigun in den Kampf. Ihre Konkurrenten, die Fools, sind zwar mit ihren Metallrüstungen besser ausgerüstet, allerdings mangelt es ihnen an Mitgliedern. Das liegt unter anderem daran, dass sie sehr strenge Auswahlkriterien haben, wenn es darum geht, ihnen beizutreten. Genauer gesagt muss der Anwerber der Gang einen Witz erzählen, den diese noch nicht kennen. Und die Fools kennen jeden Witz. Genau wie die Crypts führen auch die Fools 10mm Maschinenpistolen in den Kampf, abgesehen von ihrer Anführerin Baka. Diese hat genau wie Raze einen CZ-53 Minigun. Das Schicksal von Scrap Heap und den beiden Gangs ist, wie so oft im Fallout-Universum, ungewiss. Der Protagonist des Spiels kann sich hier für eine der beiden Seiten entscheiden und dieser letztendlich die Kontrolle über den Energiegenerator und somit auch über Scrap Heap verschaffen. Scrap Heap selbst ist übrigens ein sehr kleines Dörfchen, das nur in der Fallout-Demo existiert. Diese wird allerdings durchaus als Teil der offiziellen Lore betrachtet. Im fertigen Spiel-Fallout fehlt von Scrap Heap den Crypts und den Fools allerdings jede Spur, obwohl sich Scrap Heap in der Nähe von Chunk Town befinden sollte. Vielleicht haben die beiden Gruppen sich selbst und ihr kleines Städtchen im Konflikt einfach vollkommen aufgerieben und von Scrap Heap ist schon lange nichts mehr übrig. Oder das kleine Örtchen ist für eine Demo gerade ausreichend, für ein fertiges Spiel allerdings einfach zu unbedeutend. Oder möglicherweise ist Scrap Heap nur eine Idee oder ein Traum des Bunkerbewohners und der Ereignisse, derer wir in der Fallout-Demo Zeuge werden, haben nie wirklich stattgefunden. Aber die Wahrheit über die Existenz und die Geschichte von Scrap Heap und seinen Gangs werden wir wohl nie endgültig erfahren können. Die Crimson Caravan oder im Deutschen auch als die Kaminrote Karawane bekannt. Diese ursprünglich aus The Hub stammende Handelskarawane hat sich einen Namen damit gemacht, die gefährlichsten und lebensfeindlichen Gebiete zu beliefern. So haben sie zum Beispiel auch Wasser in die Ghulstadt Necropolis geliefert, was sich sonst keine Karawane jemals getraut hätte. Die anderen Karawane-Betreiber haben die Crimson Caravan sogar für absolut wahnsinnig gehalten. Diese allerdings haben ihre Leute sehr gut bezahlt und hatten einen sehr hohen Standard, was ihre Wachen angeht. Und so ist ihr Geschäftsmodell langfristig aufgegangen. Und innerhalb von wenigen Jahren konnten sie die meisten ihrer Konkurrenten entweder aus dem Geschäft drängen und oder einfach aufkaufen. Und so ihre Reichweite noch mehr vergrößern. Und innerhalb von kurzester Zeit wurden sie so zur größten Handelskarawane im gesamten Ödland. Dieser Erfolg kam allerdings nicht nur mit legalen Mitteln zustande. So wurden Kontrahenten zur Not auch schon ab und zu mal mit Gewalt aus dem Geschäft gedrängt. In der Regel ist ihre Strategie allerdings, das Ödland mit möglichst billigen NKR-Waren zu fluten und somit den Preis so sehr zu drücken, dass andere Handelskarawane nicht mehr mithalten können. Die Zukunft der Kaminroten Karawane ist keinesfalls sicher. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass der Kurier aus Fallout New Vegas die Machenschaften der Kaminroten Karawane offenlegt und an die RNK weitergibt. Und diese wiederum versprechen, sehr bald tätig zu werden und die Kaminrote Karawane zur Verantwortung zu ziehen. Wie dieses zur Verantwortung ziehen allerdings aussieht, das kann niemand so genau sagen. Möglicherweise wird die RNK mit der vollen Härte des Gesetzes zuschlagen und dieses Monopol zerschlagen. Und es werden sich mehrere neue kleine Karawanen bilden, alte wieder neu formen. Aber will eine Regierung wirklich ihren größten und wichtigsten Wirtschaftsarm in so einem großen Maß schädigen? Oder drückt sie dann auch im Lichte wirklich schwere Anschuldigungen mal ein oder zwei Augen zu? Denn wenn es, wie für die RNK darum geht, einen ganzen Kontinent zurück zu erobern, könnte man schnell zum Entschluss kommen, dass Kronkorken nicht stinken. Und wenn sie noch so schmutzig sind. Die Water Merchants. Diese sind nämlich für den Hub eine überaus wichtige und wirklich nennenswerte Fraktion. Denn diese haben es geschafft, im Alleingang durch das Beanspruchen der Wasserversorgung in The Hub und durch ihre enorm hohen Wasserpreise den großen Händlerkrieg eigenhändig auszulösen. Dieser überaus blutige Konflikt konnte zum Glück friedlich geregelt werden. Und die Water Merchants machen nun ungefähr ein Drittel der Regierung von The Hub aus. Durch ihr überaus unmoralisches und, sagen wir mal, raubtierkapitalistisches Vorgehen, wurden die Water Merchants nach ihrer Gründung sehr schnell, sehr groß und mächtig. Haben sich allerdings auch viele ebenso mächtige Feinde gemacht. So steht zum Beispiel der Leiter der Water Merchants, Darren Hightower, schon lange auf Deckers Abschussliste. Die Water Merchants sind dafür bekannt, ihre Wachen überaus schlecht zu bezahlen. Gerade im Vergleich zu den anderen großen Handelskarawanen in The Hub. Trotz ihrer Unbeliebtheit sind die meisten Menschen dazu gezwungen, mit ihnen zu handeln, wenn sie an sauberes, nicht verstrahltes Wasser kommen wollen. So macht zum Beispiel auch der legendäre Bunkerbewohner Geschäfte mit den Water Merchants. Dieser kauft auf seiner Suche nach dem Wasserchip eine große Ladung Wasser für die World 13, damit diese noch 100 Tage weiter ohne Wasserchip überleben kann. Er tut dies allerdings im Wissen, dass man den Wasserhändlern nicht trauen sollte. Und tatsächlich wird nebenbei gesagt, in der ungepatchten Version von Fallout, also im Original Fallout, zwar die Dauer, bis World 13 verdurstet, um 100 Tage verlängert, wenn man diese Wasserladung kauft. Die darauffolgende Dauer bis zu einer großen Invasion der World wird dann allerdings um 100 Tage verkürzt. Was darauf schließen lässt, dass die Wasserhändler wahrscheinlich Informationen über die World 13 preisgegeben haben. Aber das dürfte auch nicht sehr überraschen, denn ich schätze mal stark, dass man mit Informationen zu geschlossenen Walls in Not, die man so leicht dazu bringen kann, die Tür zu öffnen, vielleicht sogar noch leichter Geld verdienen kann, als mit dem Handeln von Wasser. Die Wachen der Water Merchants Die Water Merchant Guards sind im Grunde ein unterbezahlter Haufen von unterqualifizierten Söldnern, die auch nur über durchschnittliche Ausrüstungen wie Metallrüstungen verfügen. Ihr Job ist dafür allerdings denkbar leicht. Sie beschützen einfach nur die Wasserpumpen der Stadt The Hub und natürlich die Oberhäupter der Water Merchants gegen alle, die die Kontrolle über die Wasserversorgung erlangen wollen. Und das wagt so gut wie niemand. Die einzige echte Gefahr für sie geht von Decker aus. Im Grunde dem Oberhaupt der kriminell organisierten Unterwelt in The Hub. Da die Water Merchants als einzige große Händlerfraktion nicht mit dem Underground, also der kriminellen Organisation von Decker, kooperieren wollen, stehen diese nämlich auf Deckers Abschussliste. Die Water Merchant Guards sind deswegen eigentlich städten Alarmbereitschaft und überaus aggressiv. Nähert sich zum Beispiel der legendäre Bunkerbewohner dem Pumpen auch nur, ohne sie zu berühren, eröffnen die Wachen sofort das Feuer. Unterqualifiziert, schlecht ausgerüstet, unterbezahlt und extrem aggressiv. Das sind die Water Merchant Guards. Die Wachen der Water Merchants. Und das war's auch schon wieder. Mehr kann man über die nicht sagen, aber sie gelten im Spiel technisch gesehen als eigene Fraktionen, also bekommen sie natürlich auch ihr eigenes Video. Die Fargo Traders Die Fargo Traders ist eine der drei großen Karawanen, die in The Hub ihren Ursprung hatten. Das Handelsunternehmen wurde im Jahr 2161 von Butch Harris gegründet. Allerdings fiel die Kontrolle über das Unternehmen immer mehr in die Hände von Decker, dem wohl einflussreichsten Gangsterboss in The Hub. Dennoch kann Butch Harris seine Fargo Traders relativ autonom kontrollieren. Die Fargo Traders bestehen nicht, wie der Name suggeriert, nur aus Handelskarawanen, sondern auch einige Läden, wie beispielsweise Beth's Weapon Shop, gehören zu den Fargo Traders. Und als besonderen Anreiz, diesen Fargo Traders beizutreten, erhält jedes Mitglied der Fargo Traders in jedem anderen Mitgliedladen der Fargo Traders 15% Rabatt auf alles. Außerdem ist die Bezahlung für die Karawanenwachen überaus gut und dafür das Gefahrniveau relativ niedrig. Gerade im Vergleich zur Crimson Caravan, die dafür bekannt ist, überaus gefährliche Jobs anzunehmen. Dafür müssen die Karawanenwachen allerdings ihre eigenen Waffen und ihre eigene Munition mitnehmen und ihnen wird von den Fargo Traders nichts gestellt. Über die Zukunft der Fargo Traders ist nicht viel bekannt. Allerdings wird in Fallout New Vegas erwähnt, dass die Fargo Traders die Hauptkonkurrenz für die Crimson Caravan war, als es um den Rüstungsstil für die RNK-Armee ging. Was darauf hindeutet, dass sie auch im Jahr 2281 noch zu einer der größten Handelskaravan gehören und durchaus mit der Crimson Caravan, mit der kaminroten Karawane konkurrieren können. Denn auch sie verfügen scheinbar über die Ressourcen und die Produktionsstätten, um die Armee der RNK zu versorgen. Und zum Schluss noch als kleines Easter Egg, der Name Fargo Traders ist eine Anspielung auf Brian Fargo, dem Gründer von Interplay und dem Erfinder von Wasteland, dem geistigen Vorgänger von Fallout. Die Friendly Landing Company Die Friendly Landing Company, meistens als FLC bekannt, ist nach außen hin ein Unternehmen, das denen in Not Geld leiht, damit sie sich selber helfen können. In Wirklichkeit handelt es sich bei der FCL allerdings um ein skrupelloses Kredithai-Unternehmen, angeführt von Decker, dem wahrscheinlich größten Gangsterboss in The Hub. Dieses Unternehmen verleiht Kronkorken mit einem Mindestbetrag von 200 und verzinst diese mit 10% und nach bereits 10 Tagen ist die Rückzahlung fällig. Sollte der Kunde nicht in der Lage sein zurückzuzahlen, schreckt die Friendly Landing Company nicht vor Drohungen, Gewalt und sogar Mord zurück. Die Hub Police, die im Hub für Recht und Ordnung sorgen soll, hat schon lange ein Auge auf die Friendly Landing Company geworfen, kann diesen allerdings nichts nachweisen. Sollte sich der Bunkerbewohner allerdings dazu entscheiden, das von Lorenzo Giovanni gemanagte Kredithai-Unternehmen zu attackieren und seine Mitglieder und Angestellten zu töten, guckt die Hub-Polizei weg, solange sich die Kämpfe nicht auf die Straße von The Hub ausbreiten. Wie so oft ist über die Zukunft der Friendly Landing Company nicht sehr viel bekannt. Da sie die Autoritäten allerdings schon lange im Auge haben und sie sich viele Feinde durch ihre Praktiken machen, dürfte es für diesen Zweig des großen Decker-Syndikats wohl keine große Zukunft gegeben haben. Doch für einen skrupellosen Mann wie Decker ist die Friendly Landing Company und die Leben, die diese zerstört hat, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und Deckers Machenschaften und sein Machtgefüge dürften sich unabhängig davon noch weit über das Ödland erstreckt haben. Die Hub Police Die Polizeikräfte im Hub, die nämlich vollkommen autark agiert und nicht etwa an irgendeine Art von Regierung gebunden ist. Beziehungsweise selbst Teil der Regierung sind. Die Hub Police beschützt nicht nur The Hub selbst, das wohl wichtigste Handelszentrum an der gesamten Westküste, sondern auch die Karawanen, die im umliegenden Land umherstreifen. Die Mitglieder der Hub Police haben einen überaus gefährlichen und undankbaren Job Und eigentlich nur die, die sonst wirklich nichts anderes finden und für die notwendige Härte, die mit diesem Job einhergeht, ausgelegt sind, nehmen diese Aufgabe an. Kurz gesagt handelt es sich bei der Hub Police mit wenigen Ausnahmen um einen Haufen ziemlich grober und einfach gestrickter Leute, die von Sheriff Justin Green angeführt werden, welcher selbst im Hub Central Council sitzt und somit zu den Oberhäuptern der Stadt The Hub gehört. Die Hub Polizei ist in der Regel überaus gut ausgerüstet. So verfügen die meisten Mitglieder zum Beispiel über Kampfrüstungen, manche über Metallrüstungen und sie sind standardmäßig mit Combat Shotguns und Assault Rifles ausgerüstet. Neben Vault City gehört The Hub wahrscheinlich zu einem der sichersten Plätze im Ödland, wenn man nicht gerade vorhat, die dort geltenden Gesetze zu brechen. Und ich habe zwar nie nachgezählt, aber ich könnte schwören, dass die Bevölkerung im Hub zu 60% aus Polizisten besteht. Aber ich schätze, die überaus reiche Handelsstadt kann es sich nun mal einfach leisten. Hubs Central Council Der Hub war nicht immer so ein friedlicher, gut bewachter Ort des Handels. Im Jahr 2128 kam es zum Beispiel zu den Great Merchant Wars, den großen Händlerkriegen. Auslöser für diese gewalttätige Auseinandersetzung der verschiedenen großen Handelsfraktionen in The Hub waren die Water Merchants. Diese haben nämlich beschlossen, das gesamte Trinkwasser in The Hub für sich zu beanspruchen und zu Wucherpreisen an die Bevölkerung von The Hub zu verkaufen. Das fanden die anderen Händler jetzt natürlich nicht so super cool und sie attackierten die gut befestigten Water Merchants, die allerdings zahlenmäßig sehr stark unterlegen waren. Diesem überaus blutigen Konflikt fiel letztendlich sogar der Gründer und Gouverneur von The Hub selbst zum Opfer. Und für einen kurzen Moment herstellende Hub das absolute unkontrollierte Chaos. Aus diesem Chaos erhob sich Sheriff Roy Green, der nun nicht mehr vom Gouverneur befehligt wurde und bot sich als Schlichter für die verfeindeten Fraktionen an. Und mit Hilfe von Sheriff Roy Green konnten sich die großen Händler des Hubs auf einen Friedensvertrag einigen, welcher unter anderem einen streng regulierten Höchstpreis für Wasser enthielt. Gemeinsam gründeten sie das Hub Central Council, in dem jeweils zwei Vertreter der größten Handelskarawanen sowie der Sheriff der Stadt Mitglieder waren. Und durch diese Kooperation konnte The Hub relativ schnell zu der großen Handelsmetropole werden, die sie heute ist. Im Council sitzen nach aktuellem Stand immer noch je zwei Vertreter der Water Merchants, der Crimson Carawan und der Guard Go Traders. So wie der Enkel von Roy Green, der gleichzeitig der amtierende Sheriff in The Hub ist, Justin Green. In The Hub hat damals in den alten Fallout-Teilen alles angefangen und in Fallout New Vegas sehen wir, wie die kleinen Unternehmen von damals mittlerweile über einen Großteil des Ödlands verbreitet sind. Underground Underground ist eine große kriminelle Organisation, die beinahe die gesamte kriminelle Unterwelt von The Hub regiert. Angeführt wird diese vom hochintelligenten und ebenso skrupellosen Gangsterboss Decker. Im Jahr 2150 konnte sich dieses Verbrechersyndikat gegen seine Konkurrenten durchsetzen und diese zum Teil aufnehmen. Und spätestens seit 2161 gehört The Underground und somit auch Decker zu einer der größten und entscheidendsten Mächte in The Hub. Und das Netzwerk dieser Organisation reicht weit bis über die Grenzen von The Hub hinaus und bis in die Ränge der einzelnen Händlergilden hinein. Nur die Water Merchants scheinen sich zu weigern, mit The Underground zu kooperieren. Was die Water Merchants und ihre Anführer auf die Abschussliste von The Underground gesetzt hat. Der kriminellen Organisation gelang es außerdem, ein Mitglied der stählernen Bruderschaft gefangen zu nehmen und durch Folter wertvolle Informationen über diese mysteriösen Techno-Ritter zu sammeln. Trotz seiner Macht meidet The Underground allerdings in die Schusslinie der Hub-Police zu geraten. Daher bietet Decker beim Aufeinandertreffen mit dem Bunkerbewohner diesen einige Aufträge an, die The Underground nicht selbst erledigen will. Wie zum Beispiel den Anführer der Water Merchants oder einen Hohepriester der Kinder der Kathedrale auszuschalten. Es ist nicht überliefert, ob der Bunkerbewohner die Aufträge erfüllt hat oder ob er diese als Beweismittel zur Hub-Police gebracht hat und diese somit die nötigen Informationen versorgt, um endlich gegen The Underground in die Offensive gehen zu können. Bei einer solchen Auseinandersetzung mit der Hub-Police wäre Decker ums Leben gekommen. Doch wie gesagt, die Entscheidungen des Bunkerbewohners bei dieser speziellen Begegnung sind nicht überliefert und gehören somit ins Reich der Legenden und Spekulationen. Die Thieves' Guild Bei dieser handelt es sich um eine kleine und durchaus guerrille Bande von Dieben, die sich in The Hub niedergelassen haben. Ihr exzentrischer, aber überaus charismatischer Anführer, der sich selbst in Anlehnung an die literarische Figur Robin Hood den Namen Loxley gegeben hat, versucht gemeinsam mit seiner kleinen Truppe, möglichst ohne die Einwirkung von Gewalt, die Reichen und Mächtigen der Stadt The Hub zu bestehlen. Die Bande verfügt nicht mal über irgendeine Form von Waffen. Sie versuchen, ihre Geschäfte so gut wie möglich vor Decker zu verbergen und mit diesem nicht in Kontakt zu treten, geschweige denn gar in einen Konflikt mit ihm zu geraten, da sie sich ganz eindeutig und klar von der kriminellen Unterwelt von The Hub fernhalten wollen. Die anderen Mitglieder der kleinen Bande sind die introvertierte Jasmine, die gesprächige Cleo, der stets wütende Smitty und unter Umständen auch der legendäre Bunkerbewohner. Doch ob dieser wirklich jemals Mitglied der Thieves' Guild war, das wird wohl ewig eine Legende bleiben. Tja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann bestehlen sie die Reichen und Mächtigen in The Hub noch heute. Die Rebellen der Vault 13 Bei denen handelt es sich um eine kleine Minderheit der Vault 13 Bevölkerung, die das Leben im Ödland bevorzugen würden. Angeführt werden diese von Albert Cole und Theresa. Ich muss an der Stelle kurz erläutern, dass Albert Cole eine potenzielle Identität des legendären Bunkerbewohners ist. Es gibt, wenn man das Spiel beginnt, mehrere Charaktere, die man sich aussuchen kann, oder man baut sich seinen eigenen. Und ich denke, die meisten bauen sich ihren eigenen, deswegen ist das immer so eine Sache. Aber einer dieser vorgebauten, auswählbaren Charaktere ist Albert Cole. Wenn man sich dafür entscheidet, diesen als Protagonisten zu nehmen, ist Theresa die Anführerin der Vault 13 Rebellen. Wenn man ihn nicht nimmt, wenn man sich selbst einen baut oder eine andere Figur wählt, dann ist aber eben dieser Albert Cole der Anführer der Rebellen. Aber gut, weiter im Text. Diese Vault 13 Rebellen haben sich übrigens schon lange vor dem Ausfall des Wasserchips gegründet. Allerdings sehen sie das nun wirklich als Anlass, die Vault endlich zu öffnen und das Ödland zu bevölkern. Dadurch, dass der Wassermangel in der Vault nach Ausfall des Wasserchips auch immer größer wird und viele befürchten, dass sie in der Vault verdursten müssen, bekommen die Vault Rebellen zu der Zeit natürlich einen gehörigen Zuwachs. Da der Unmut in der Vault 13 Bevölkerung immer größer wird und so auch der Wunsch, die Vault endlich zu verlassen. Selbst als der legendäre Bunkerbewohner dann letztendlich mit dem Wasserchip zurückkommt, sind sich die Rebellen einig, dass die Zeit gekommen ist, die Vault-Tore zu öffnen und die Vault zu verlassen. Das Misstrauen zwischen den Rebellen und dem Vault-Aufseher ist zu diesem Zeitpunkt schon riesig und es wächst stetig. Und die Rebellen befürchten schon lange, dass der Aufseher irgendetwas im Schilde führt. Als der Vault-Aufseher dann den legendären Bunkerbewohner verbannt und ihn nicht mehr zurück in die Vault lässt, da er Angst hat, dass könnte die Bewohner der Vault nur noch mehr aufstacheln, sahen die Rebellen die Möglichkeit, nun endlich gemeinsam mit dem legendären Bunkerbewohner die Vault 13 zu verlassen. Und so folgten sie diesem ins Ödland und gründeten einige Zeit später das Dorf Arroyo, das wir aus Fallout 2 kennen. Denn dort beginnt dann knapp 100 Jahre später die Reise des auserwählten Wesens, eines Enkelkinds des legendären Bunkerbewohners. Die Armee des Meisters, erschaffen von einem überaus bizarren FEV-Mutanten mit genialem Intellekt, um seinen Traum von der Unity, der menschlichen Einheit zu verwirklichen. Um ein für allemal alle Kriege zwischen den Menschen zu beenden, will dieser alle Menschen gleich machen, zu einer Einheit machen. Und wenn sie das nicht wollen, zumindest sterilisieren, damit sie sich nicht weiter fortpflanzen können. Die Armee des Meisters besteht aus mehreren verschiedenen Kreaturen, so zum Beispiel aus verschiedenen Supermutanten. Diese sind aus Sicht des Meisters die nächste Evolutionsstufe der Menschen. Sie sind stärker, besser auf das Überleben im radioaktiven Ödland angepasst und vor allem alle gleich. Wenn man allerdings genau hinsieht, gibt es durchaus Unterschiede zwischen den Supermutanten der ersten und der zweiten Generation, sowie den Nightkin. Aber dazu ein anderes Mal mehr. Diese Unterschiede kommen daher, dass der Meister den FEV und auch den Herstellungsprozess von Supermutanten über Jahrzehnte hinweg perfektioniert hat und sogar seine eigene Variation des FEV, den FEV 2, entwickelt hat. Was dazu führt, dass gerade die letzten entwickelten Supermutanten, die Nightkin, eine extrem hohe Intelligenz haben. Des Weiteren gibt es auch bizarrere Mutationen und Experimente des Meisters in seiner Armee, so zum Beispiel die Zentauren, bei denen nicht das spezielle und komplizierte DIP-Verfahren benutzt wurde, um Supermutanten herzustellen, sondern bei dem die Probanden einfach, oft auch gemeinsam mit ganz anderen Wesen, in den FEV gestoßen wurden, was zu überaus bizarreren und seltsamen Mutationen führt. Und so können zum Beispiel auch ohne Probleme mehrere Organismen miteinander verschmelzen. Ein weiterer Teil der Armee des Meisters sind zum Beispiel die Floater. Alle Mutanten des Meisters scheinen eine gewisse Bindung zueinander zu haben, so kooperieren selbst die tierhaft wirkenden Zentauren und die Floater miteinander. Die Aufgabe der Armee des Meisters ist es zum einen, Angst in der Bevölkerung des Ödlands zu verursachen, damit die Kinder der Kathedrale mit ihrer Botschaft einer neuen Zukunft mehr Zustimmung finden und zum anderen sammeln sie geeignete Probanden, um die Armee zu erweitern. Nach dem Tod des Meisters, nach den Ereignissen von Fallout 1, verteilt sich die Armee des Meisters über einen großen Teil des Ödlands. So spalten sich die Supermutanten in mehrere Gruppen auf. Einige verfolgen weiterhin den Plan von Einheit, andere wollen einfach nur ein friedliches Leben leben. Und die Zentauren und Floater werden zu einer ganz eigenen Gefahr, die Herren und Heimat los durch das Ödland streifen und in Rudeln, unachtsame Abenteurer oder Händlerkarawanen überfallen. Und so hat der Meister, der auf seine eigene Art und Weise Frieden für die Menschheit bringen wollte, nur noch mehr Leid, Aggression und Tod verursacht und die Welt zu einem aggressiveren und gefährlicheren Ort gemacht. Bei diesen handelt es sich um die Elite-Krieger aus der Armee des Meisters, die durch den FEV II erschaffen wurden. Eine verbesserte Version des ursprünglichen FEV, den der Meister ja auch schon sehr stark weiterentwickelt hat, damit es überhaupt möglich war, Supermutanten zu erschaffen. Die durch den FEV II erschaffenen Supermutanten, die eben auch als Nightkin oder Nachtvolk bezeichnet werden, sind in vielerlei Hinsicht besser als die originalen Supermutanten. So verfügen eigentlich alle über sehr hohe, menschengleiche Intelligenz. Und sie sind normalen Supermutanten auch körperlich überlegen. Die meisten von ihnen sind mit einem Stealth-Boy ausgerüstet, was es ihnen ermöglicht, als Agenten an der Oberfläche zu agieren. Die Nightkin arbeiten eng mit den Kindern der Kathedrale zusammen, die den menschlichen, unmutierten Teil der Armee des Meisters ausmachen. Nach dem Tod des Meisters durchstreifen die Nightkin auf eigene Faust das Ödland und schließen sich einigen verschiedenen Supermutanten, Armeen oder Siedlungen an. Manche von ihnen wählen auch das Leben als Einzelgänger oder sie sammeln sich zu Kleingruppen zusammen, die ausschließlich aus Nightkin bestehen. Durch den übermäßigen Gebrauch ihrer Stealth-Boy-Technologie färben sich die Pigmente ihrer grünen Haut schon langsam blau. Aber viel schlimmer noch ist der Nebeneffekt, dass die Nutzung der Stealth-Boys zu psychischen Krankheiten führt. Viele des Nachtvolks leiden etliche Jahrzehnte nach dem Tod des Meisters an Schizophrenie und schwerer Paranoia. Ein Supermutant der ersten Generation, Marcus, der nach dem Fall des Meisters einen friedlichen Weg gewählt hat, empfand Mitleid mit den psychisch schwer erkrankten Nachtvolk. Und so gründete er Jacobs Town. Im Grunde eine Art Herberge für Supermutanten, die zum einen ein friedliches Leben anstreben und zum anderen auch betreutes Wohnen für die psychisch schwer geschädigten Nightkin ermöglicht. Da diese alleine im Ödland entweder nicht überlebensfähig oder eine große Gefahr für alle anderen wären. Doch bei Weitem nicht alle Mitglieder des Nachtvolks leben in Jacobs Town. Die verbleibenden dieser durch den FEV 2 erschaffenen Supermutanten sind über das gesamte Ödland verteilt. Einige von ihnen ziehen sich schwer krank und paranoid komplett zurück. Andere leiden noch nicht so sehr unter den Folgen der Stealth-Boy-Nutzung und versuchen weiterhin, den großen Plan des Meisters zu verwirklichen. So oder so scheint das Nachtvolk dem Untergang geweiht zu sein. Und nur aus reiner Nächstenliebe scheinen sie überhaupt noch den Hauch einer Zukunft zu haben. Einem Attribut, das man im lebensfeindlichen Ödland leider nur viel zu selten findet. WETTEAM 9 Dem WETTEAM 9 handelt es sich im Grunde nur um eine relativ kleine Elite-Truppe. Ein Elite-Team der Supermutantenarmee des Meisters. Diese wurden in der Mariposer Militärbasis stationiert, um diese vor Eindringlingen zu verteidigen, beziehungsweise sämtlichen, irgendwie seltsamen Vorkommnisse zu analysieren. Dieses Sondereinsatz-Team ist vor allem als schnelles Einsatz-Team, als Strike-Team gedacht, der schnell reagieren kann und sofort eingreifen kann, falls irgendetwas schieflaufen sollte. Das Team besteht lediglich aus drei Supermutanten und einem Typ 2 Mr. Handy namens Unit 462. Und sollte in der Basis irgendwas schieflaufen, wenn es Probleme mit den Gefangenen gibt oder wenn irgendwelche unvorhergesehenen Sachen passieren sollten, sind diese vier, das WETTEAM 9, dafür verantwortlich, das sofort und so schnell wie möglich zu lösen. So ist es auch ihre Aufgabe, den eindringenden Bunkerbewohner aufzuhalten. Und wie das so ist mit Protagonisten in Videospielen, geht das für das WETTEAM 9 nicht gut aus. Bei denen handelt es sich um eine relativ lose, zusammengewürfelte Gruppe von friedlich lebenden Ghulen unter der Stadt Nekropolis. Die Angehörigen dieser Gruppe haben sich geweigert, Sets aggressiven Weg und seinem Bündnis mit dem Meister und dessen Supermutanten zu folgen. Und sie weigern sich, mit diesen zu kooperieren. So wurden sie von Zed, dem Anführer der Ghulstadt-Nekropolis, in die Kanalisation der Stadt verbannt. Als der legendäre Bunkerbewohner auf seiner Suche nach dem Wasserchip über die Untergrundghule stolpert, erweisen sich diese als äußerst hilfsbereit. Sie helfen dem Bunkerbewohner sogar dabei, den Wasserchip der Stadt-Nekropolis für seine Vault, die Vault 13, zu stehlen. Als Gegenleistung erwarten sie aber vom Bunkerbewohner, dass dieser wenigstens die Wasserpumpen der Stadt repariert. Denn auch wenn sie die Wege, die ihre Ghulfreunde an der Oberfläche eingeschlagen haben, nicht gutheißen, wollen sie trotzdem nicht, dass diese aufgrund von Wassermangel zu Schaden kommen. Einige Zeit nach dem Besuch des Bunkerbewohners in Nekropolis und nach dem Fall des Meisters, wurde die Stadt dann von der führerlosen und umherziehenden Armee des Meisters überfallen und alle Ghule wurden getötet. Ob die friedlichen Ghule im Untergrund der Stadt-Nekropolis eine Chance zu überleben hatten, ist nicht klar. Man kann nur hoffen, dass diese sich verstecken konnten oder vielleicht sogar fliehen konnten und nicht für die Fehler der Ghule an der Oberfläche mit bestraft wurden. Unity 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 ist im Grunde keine echt existierende Fraktion im Fallout-Universum. Sie hat zumindest nie wirklich existiert, außer im Kopf des Meisters. Denn die Unity war das große Ziel des Meisters. Und es gibt für dieses Ziel mehrere Interpretationen und sogar widersprüchliche Aussagen. Aber ich möchte trotzdem versuchen, in diesem Video die Idee von Unity so gut wie wir es können nachzuvollziehen. Die Unity bestand zum einen schon zu Lebzeiten des Meisters aus der Armee des Meisters, also den Supermutanten, und den Kindern der Kathedrale, also den menschlichen, unmutierten Zweig, der Anhänger des Meisters. Der Traum des Meisters ging allerdings noch viel weiter. Er wollte die Menschheit, die ganze Menschheit vereinen. Oft wird ja gesagt, dass der Meister eine mutierte Version von Richard Grey ist. Also dass Richard Grey zum Meister mutiert ist. Und grundsätzlich ist das nicht falsch. Man muss sich das allerdings eher so vorstellen, dass Richard Grey, nachdem er in den Topf mit Zaubertrank, mit Zauber-FEV gefallen ist, zu einem alles absorbierenden Schleimblom wurde. Der sich wohl am Anfang gar nicht wirklich bewusst über seinen Zustand war. Der eher wie ein primitives, wildes Tier reagiert hat. Und dieser hat sehr viel andere Lebewesen aufgenommen. Auch vor allem sehr viele andere Menschen. Abenteurer, die dachten, sie könnten in der beinahe unberührten Mary-Poser-Militärbasis noch irgendwelche coolen Sachen looten. Und dieser hat dieser Schleimblom, der einmal Richard Grey war, gemampft. Allerdings hat dieser Schleimblom eine besondere Eigenschaft. Denn alles, was er aufnimmt, wird nicht nur von ihm verdaut und in Energie umgewandelt, sondern wird tatsächlich zu einem Teil von ihm. Einschließlich der Gedanken, der Empfindungen, des Intellekts, des absorbierten Wesens. Wie viele andere Menschen, Ghule und Mutanten eingeschlossen, Richard Grey absorbiert hat, ist nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall wurde ein Kollektiv aus diesem Richard Grey. Und so wurde er erst zum Meister. Man könnte also eher sagen, dass Richard Grey der Ursprung des Meisters ist. Aber der Meister ist mehr. Richard Grey ist nur noch ein kleiner Teil des Meisters. Der Meister, so wie wir ihn in Fallout kennenlernen, ist ja sogar mit elektronischen Komponenten verbunden und einer Art Super-Cyborg. Naja, auf jeden Fall will er nun diese Version von Einigkeit für die gesamte Menschheit erreichen. Aus einigen Gesprächen und Dokumenten geht hervor, dass der Plan des Meisters ist, alle Menschen mit Hilfe des FEVs aufzunehmen, zu assimilieren. Alle Menschen sollen im Grunde zu einem einzelnen, gigantischen, dem Planeten umspannenden Organismus werden. Dieser Plan scheint allerdings für den Meister gleichwertig zu sein mit seinen Super-Mutanten und seinen Kindern der Kathedrale. Im Grunde sind das die drei Grundpfeiler der Unity. Wie genau das zusammenpasst und was genau der Plan des Meisters ist, weiß man wirklich nicht. Man kann nur mutmaßen, dass vielleicht die Super-Mutanten und die Kinder der Kathedrale nur ein Zwischenziel sind, ein Zwischenschritt, um letztendlich die absolute Einheit, die absolute Unity zu erreichen. Vielleicht sollte es aber letztendlich dieses übergreifende Meisterplanetare-Organismus-Netzwerk geben, gleichzeitig aber die Super-Mutanten als eine Art militärische Kraft, die dieses Geflecht schützt, wenn es denn mal notwendig sein sollte, vor was auch immer, keine Ahnung. Und die Kinder der Kathedrale sollten vielleicht weiterhin echt ein unmutierter menschlicher Zweig bleiben, die dieses Geflecht verehren und als Diener zur Verfügung stehen. Man weiß es nicht. Aber so oder so wurde dieser Traum des Meisters nie Realität. Denn der legendäre Bunkerbewohner hat ihn einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn entweder wurde der Meister von dem Gewaltsamt zerstört oder sein Plan wurde ihm kurzerhand ausgeredet. Und der Meister wurde zusammen mit den Kindern der Kathedrale, vielen Super-Mutanten und ihrer Hauptbasis in die Luft gesprengt. Beziehungsweise hat sich eben vielleicht auch selbst in die Luft gesprengt. Und die Überreste der Unity ist nur noch die Armee des Meisters, die eine Welle der Gewalt über das Ödland bringt. Bei diesem handelt es sich um einen religiösen Kult, der im Grunde das Licht der Explosionen einer Atombombe als eine Art zerstörerischen Gott ansieht und im Gegensatz dazu ihren eigenen dunklen Gott verehrt, der die Menschheit in ein neues Zeitalter von Frieden und Einheit führen soll. Der dunkle Gott wird von den meisten Außenstehenden als Fantasiewesen abgetan. Und die Kinder werden für eine relativ harmlose und teilweise sogar altruistische Sekte gehalten. Allerdings handelt es sich bei diesem Gott um ein physikalisches Wesen, das wir als der Meister kennen. Ein grotesk mutierter Mensch oder vielmehr die durch den FEV fusionierte Masse vieler Menschen. Die Kinder sind dem Meister treu ergeben und ihr größtes Glück wäre es, in den FEV getunkt zu werden, um die nächste Evolutionsstufe der menschlichen Entwicklung zu erreichen und so dem Meister näher sein zu dürfen. Angeführt werden die Kinder von Bruder Morpheus, einem ehemaligen Mitglied der Ripper. Die Kinder versuchen das Wort des Meisters zu verbreiten und geben sich als humanitäre und friedliche Organisation. Das meiste Leid, das die Kinder der Kathedrale allerdings behandeln, wird von den Supermutanten ausgelöst. Das ist der Versuch des Meisters, die Kinder als die Retter in der Not auftreten zu lassen und so neue Mitglieder zu rekrutieren. Über ihre Krankenhäuser überall im Ödland verbreiten sie die Botschaft des Meisters. Doch ihr Hauptquartier ist eine Kathedrale in Boneyard, direkt über der geheimen Los Angeles Ward, in der der Meister sein Hauptquartier eingerichtet hat. Die Kathedrale wird von den Nightkeen bewacht oder dem Nachtvolk, ein Elite-Trupp des Meisters. Einer dieser Wächter war der Supermutant, den wir später als Dog bzw. God kennenlernen können. Denn dieser spricht manchmal schwärmerisch von der Kirche, in der er früher war und in die er zurück will. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Die Kinder der Kathedrale werden am Ende von Fallout 2 gemeinsam mit dem Meister in die Luft gesprengt und von ihnen bleibt, so viel wir wissen, nichts mehr übrig. Selbst die nun hauptquartierlosen Splittergruppen scheinen sich in den nächsten Wochen und Monaten vollständig aufgelöst zu haben. Die Followers of the Apocalypse oder im Deutschen auch als die Anhänger der Apokalypse bekannt. Der Ursprung dieser Fraktion geht auf die Stadt Dayglo zurück. Dayglo ist im Grunde das bisschen, was von der ehemaligen Stadt San Diego übrig ist. Da Dayglo relativ nahe an The Glow liegt, der ursprünglichen West Tech Forschungseinrichtung, in der der FEV erfunden wurde, und die direkt von einer Atombombe getroffen wurde, ist Dayglo seit jeher schwer von Radioaktivität und dem FEV betroffen. Was aufgrund von Strahlenkrankheit sowie Veränderungen der DNS zu schweren Krankheiten geführt hat. Letztendlich waren die teilweise schwer kranken Bewohner von Dayglo dazu gezwungen auszuwandern. Auf der Suche nach einem neuen Zuhause mussten die ehemaligen Bewohner von Dayglo so manches auf sich nehmen. Und viele starben durch Umwelteinflüsse, ihre Erkrankungen oder sonstige Gefahren des Ödlands. Und als schließlich die Eltern eines Mädchen namens Nicole von Raidern ermordet wurden, beschloss diese, das Leid im Ödland ein für allemal zu beenden und sicherzustellen, dass die Menschheit nie wieder so einen großen Fehler wie den großen Krieg begehen würde. Deshalb gründete sie die Anhänger der Apokalypse. Eine humanitäre Organisation, die Wissen und Technologie sammelt, um sie zum Wohle aller einzusetzen. Ihr erstes Hauptquartier war eine teilweise zerstörte und verlassene Bibliothek in den Ruinen von Los Angeles. In den Büchern und noch intakten Datenspeichern fanden sie so einige wertvolle Informationen, die eine wichtige Basis des Schaffens der Anhänger der Apokalypse werden sollten. Schon dort begangen sie die ansässigen Einheimischen zu unterstützen. Sie gewährten medizinische Behandlungen, lehrten den Farmern, wie man effektiven Ackerbau betreibt und halfen dabei, den allgemeinen Frieden zu wahren. Durch ihre große Beliebtheit fanden sie sehr schnell viele neue Anhänger und sie wurden relativ schnell zu einer wichtigen und einflussreichen Gruppierung innerhalb der Stadt Boneyard. Und sie waren mitunter die Ersten, die auf die Kinder der Kathedrale aufmerksam wurden und ihnen nicht glaubten, dass diese friedliche Absichten hatten. Schließlich konnten sie einen ghoulähnlichen Mutanten namens Talios befreien, der vom Meister und seiner Supermutantenarmee bereits dem FEV ausgesetzt, aber nicht gänzlich zu einem Supermutanten umgewandelt wurde. Dieser informierte die Anhänger der Apokalypse über die Machenschaften der Kinder der Kathedrale. Und die Anhänger der Apokalypse beschlossen, trotz ihrer humanistischen und pazifistischen Orientierung alle notwendigen Mittel zu ergreifen, um die Kinder der Kathedrale zu bekämpfen. So sammelten sie wertvolle Informationen und Wissen über diese Glaubensgemeinschaft und ihren dunklen Gott, den wir als Meister kennen, und versorgten die, die aktiv gegen diese Sekte vorgehen wollten, mit Informationen und Unterstützung. Des Weiteren hatten sie die Kinder der Kathedrale bereits mit Agenten infiltriert, um noch tiefer über das Vorgehen dieser Bescheid zu wissen. Mit Hilfe des Bunkerbewohners gelang es schließlich den Anhängern der Apokalypse, dieser großen Bedrohung für die Menschheit ein Ende zu setzen. Nach dem Fall des Meisters schloss sich die Stadt Boneyard der Republik Neu-Kalifornien an. Und so wurden auch die Anhänger der Apokalypse ein Teil der RNK. Und so auch zu einer der größten und einflussreichsten Fraktionen innerhalb dieser. Vom Boneyard aus startete die humanistische Organisation viele Expeditionen überall in das Ödland, um der Bevölkerung zu helfen. Unter anderem auch in die Mojave, genauer gesagt nach New Vegas, wo sie sich besonders zum Helfen verpflichtet fühlten, da eines ihrer eigenen ehemaligen Mitglieder das erworbene Wissen über Anthropologie und Geschichte nutzte, um Cäsars Legion zu gründen. Der Quelle für so viel Leid und Krieg im Ödland. Auch wenn die Anhänger der Apokalypse jede Form von Gewalt strikt ablehnen, scheuen sie sich nicht davor, sich mit Waffen gegen Angreifer zu verteidigen. Und in besonders gefährlichen Regionen kann man auch oft beobachten, dass sie sogar Söldner anwerben, um ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten. Die Anhänger der Apokalypse nehmen jeden in ihren Reihen auf, der bereit ist zu helfen und verurteilen niemanden für seine Vergangenheit. So findet man unter ihren Mitgliedern zum Beispiel auch ehemalige Anhänger der Enklave, genauso wie Anhänger der stählernen Bruderschaft. Auch wenn sich die Kinder der Apokalypse im Gegensatz zur zum Beispiel stählernen Bruderschaft meist relativ bescheiden und einfach geben, gehören sie tatsächlich zu einer der fortschrittlichsten Fraktionen im gesamten Ödland. Ihr gesammeltes Wissen und ihr Verständnis von Technologie macht sie zu einer unglaublich mächtigen Fraktion. In den frühen Jahren der Republik Neukalifornien waren sie daher mit dieser auch eng verwoben. Die Anhänger der Apokalypse waren im Grunde fast alleine für Forschung und Bildung innerhalb der RNK verantwortlich. Im Jahr 2275 hat diese allerdings alle Stränge zu den Anhängern der Apokalypse aufgekündigt. Und obwohl diese nun nicht mehr offiziell von staatlicher Seite unterstützt werden, sind sie trotzdem noch eine der einflussreichsten Mächte innerhalb der Republik Neukalifornien. Und die Bibliothek im Boneyard ist mittlerweile zur größten und bekanntesten Universität im gesamten Ödland geworden. Die Desert Ranger Die Desert Ranger sind eine uralte und traditionsreiche Fraktion, die im Grunde bis zum großen Krieg zurückgeht. Hierbei handelt es sich um eine relativ kleine Gruppe von Menschen, die über Generationen hinweg das Überleben im Ödland perfektioniert haben. Wie wir von Tycho aus Fallout 1 lernen können, war bereits sein eigener Großvater ein Desert Ranger. Und Tycho trägt dessen Ausrüstung. Diese besteht standardmäßig aus einer Gasmaske, einer gehärteten Lederrüstung, einer Shotgun, einem Messer, einem Schlagring, einer Feldflasche, einer Brille, um den Sand aus den Augen zu halten und einen sandfarbenen Trenchcoat, um sich vor der Sonne zu schützen und mit seiner Umgebung zu verschmelzen. Diese Ausrüstung gehört seit Generationen zum Standardrepertoire eines Desert Rangers. Mit dieser Ausrüstung haben diese hochtrainierten Veteranen schon so manchen Gegner erfolgreich bekämpft. Die Desert Ranger sind bekannt dafür, die wenigen Flecken Zivilisation, die das Ödland noch zu bieten hat, vor Feinden zu verteidigen. So wehrten sie schon so manche Angriffe von verschiedenen wilden Stämmen wie den White Legs ab. Aber auch den ein oder anderen Supermutantenangriff konnten die Desert Ranger dank ihrer Erfahrung problemlos abwehren. In Arizona trafen die Desert Ranger dann auf die Legion. Und obwohl jeder einzelne Desert Ranger dank seiner Erfahrung und seines erstaunlichen Wissens über das Überleben im Ödland im Kampf wohl mindestens so viel wert war wie 20 bis 30 Legionäre, konnten sie den nicht enden wollenden Ansturm von Cäsars Truppen nicht stoppen. Die Desert Ranger wurden überrannt und viele Gebiete, die sich unter ihrem Schutz befanden, fielen der blutrünstigen Legion zum Opfer. Die seit einigen hundert Jahren absolut unabhängigen Desert Ranger sahen nur eine Möglichkeit, um sich selbst und die Bevölkerung in der Mojave zu retten. Sie schlossen einen Pakt mit der RNK und sie unterzeichneten das sogenannte Ranger Unification Treaty. Und so wurden die Desert Ranger Teil der Republik Neu-Kalifornien und gehörten dort zu den absoluten Elite-Truppen. Aber nicht nur von ihrer Kampfkraft, sondern auch von ihrem immensen Wissen konnten die Truppen der RNK profitieren. Und auch wenn sie ihre Unabhängigkeit verloren haben, kennt das Ödland kaum eine Gruppierung, die seit dem Fall der Bomben so viel Wissen und so viel Fähigkeiten angesammelt haben, um das Überleben im Ödland zu sichern. Und im Krieg zwischen der RNK und der Legion, wie dieser auch ausgegangen sein mag, haben die Desert Ranger, dessen kann man sich sicher sein, eine entscheidende Rolle gespielt.